Hier kommt die 10-Tages-Challenge nach Neville Goddard. Gefunden habe ich diese Challenge beim Experten für Neville Goddard, nämlich Mitch Horowitz. Und diese Technik ist wirklich sehr einfach. Das Einzige, was du brauchst, ist etwas zu schreiben. Also, nimm dir Zettel und Stift und los geht's! Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanna Belloni, ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin. Und jetzt dreht sich alles um die 10-Tages-Challenge nach Neville Goddard. Die funktioniert relativ einfach. Du suchst dir ein mittelgroßes Ziel, das du innerhalb der nächsten Wochen erreichen möchtest. Das kann aus irgendeinem Lebensbereich sein. Das kann sein Geld, das kann sein Liebe, das kann sein Karriere. Irgendetwas, was du für realistisch hältst, das du innerhalb kürzester Zeit erreichen kannst. Und dann formulierst du diesen Wunsch in einen Satz. Und die Formulierung machst du wirklich wieder mit, ich bin so froh und dankbar, dass ich das und das habe oder bekomme oder erlebt habe oder das auf meinem Konto ist, was auch immer. Du formulierst deinen Wunsch in einem Satz in der Gegenwartszeit und so, als ob du es bereits erreicht hast und dich schon darüber freuen kannst. Den schreibst du, genau diesen einen Satz schreibst du auf deinen Zettel und dann machst du 10 Kästchen, am besten rechts von diesem Satz. Und jeden Tag nimmst du dir 10 Minuten Zeit, mit diesem Zettel dich konzentriert in diesen Wunsch hineinzufühlen. Also wie fühlt sich das an, wenn ich plötzlich 35.000 mehr auf meinem Konto habe? Wie fühlt sich das an, wenn mein Traumpartner mich anruft? Wie fühlt sich das an, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme oder vielleicht auch eine Beförderung? Vielleicht auch die Chance auf eine Reise, was auch immer du dir wünschst. Das versuch wirklich 10 Minuten täglich zu fühlen und so richtig konzentriert innerlich zu erleben. Und danach kommt das Wichtigste. Danach hakst du ein Kästchen ab. Erledigt. Das war dein ganzer Job für den Tag. Und genauso machst du es 10 Tage hintereinander. Solltest du unterbrechen, beginn lieber von vorne wieder. Also sag nicht, ich kann jetzt 2-3 Tage auslassen, ich habe da keine Zeit dafür oder ich habe es vergessen. Und mach dann weiter, sondern mach wirklich diese 10 Tage am Stück. Also neuer Zettel, vielleicht gleicher Satz, vielleicht möchtest du auch noch einen größeren Satz nehmen. Egal. Und nach diesen 10 Tagen, wo du jeden Tag ein Kästchen abgehakt hast, ist das Ganze erledigt. Faltest du den Zettel zusammen, verstaust ihn irgendwo und kannst dir eigentlich sicher sein, dass du deine Arbeit erledigt hast. So funktioniert die 10-Tages-Challenge und die ist sensationell. Probier es gern aus und wenn du noch Ideen dazu hast oder schon Erfahrungen mit so etwas oder Ähnlichen, dann schreib mir gern in mein Kommentarfeld. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal und Aloha!